Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5. Und ja, wir sind hier noch im Bunker. Erreiche das Anwesen des Vaters, das ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe. Aber ich würde gerne... Ich würde gerne erstmal, wie auch in den anderen Bereichen... Ja, ich würde wie gesagt erstmal hier gerne die anderen Aufgaben noch fertig machen. Das sind noch zwei Klatschnecksen-Dinge. Ich gehe jetzt erstmal zu den Rapper-Verstecken. Was haben wir denn hier noch? Achso, ja, genau, das ist Joseph. Rapper-Versteck. Dann der Schreckliche, das brauchen wir nicht machen. So. Da gehen wir als nächstes zum Rapper-Versteck. Das ist klar, die Hauptmission ist definitiv erstmal Joseph. Aber dann ist die Story schon vorbei. Und das wollen wir ja noch nicht. Weil ich möchte mein Let's Play kompletieren. Ja. Gib ihn mir her. Gib ihn her. Los geht's. Diese Richtung. Vielleicht finden wir ja auch noch welche von diesen... Was war das jetzt schon wieder? Ähm, sag schon. Von diesen Wolfsstellen da. Wolfsköder. Köder, so heißt es. Ich suche noch Wolfsköderstellen. Hallo, wo seid ihr? Da. Eine haben wir noch. Ein Wolfsköder ist noch irgendwo. Den finden wir auch noch. Aber den brauchen wir nicht jetzt sofort. Doop-doop-doop-doop-doop-doop-doop-doop. Ronks Keller ist nochmal. Habt ihr? Bidabidabidabidabidabidoo. So, dann gehen wir mal runter. Landstone Flugplatz. Oh ja, das passt ja. Zack. So, um Himmels Willen. Ross, du hast schon wieder den Generator kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt das Tor eröffnen und das Flugzeug rausnehmen? Ich gehe und hole ihn, damit er ihn repariert. Und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Okay. Ich denke mal, das ist Tipp genug. Ich muss nur noch gucken, wie ich hin komme. Kann ich hier hochklicken? Achtung! Was? Was? Los! Oder komm mal hier rein. Lesen. Ross, da verfault was da oben auf dem Dach. Neulich sah ich einen von diesen Adlern auf dem Funkturm in der Nähe sitzen. Und er hatte irgendwas zwischen den Klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu uns rüber gesegelt ist und seine arme Beute fallen gelassen hat. Und die backt jetzt in der Sonne vor sich hin. Du musst einen Weg da hoch finden. Und das wegräumen. Achtung! Ach so. Ja, von da aus rüber gleiten. Das ist natürlich eine Idee. Dann tun wir das doch. Hallo! Wo ist denn die Tür? Ach. Ich Idiot. Hab nix gesagt. So. Wir sind voll. Kletterhaken. Kletterhaken. So. Natürlich ist die Dachluke auf. Was denn auch sonst? Geht's noch höher? Nein. Das war ja mal nix. Oh, wisst ihr was. Ich hab Neeli dabei. So. So. Ich hab noch nicht lange geschnackt. Hallo. Outsch. Hallo. Hallo. Ich hab hier. Puppe. So ist schön. Oh. Kohle. Ding. Ding, 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 ding. Alles mitnehmen. Schön. Ach, das Ding hat Raketen. Wollen wir den doch mit? Ähm. Ähm, nein. So, als nächstes. Warte. Da, das ist der nächste Punkt. Stopp, stopp, stopp. Darunter. Den Bär. Werden die zwar nicht mehr brauchen, aber wir holen die mal mit. Frisch gefangener Lachs. Ähm, die Angel. Komm. Büt, 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 büt. Weiß mal einer an. Oh, da sind sie auf einmal alle. Ja, komm. Beiß mal an. Ah, da kommt einer. Komm. Komm. als ich keine chance hoffentlich ist es jetzt auch ein lachs die neue baubedarf und gehen wir erst mal dahin einst namen gefangene königs lachse herausforderung abgeschlossen wunderbar wo sind denn meine spezial waffen muss ich mir wohl noch mal holen mcnails haus geht es euch gut gruppenkuscheln sie wollten nicht sie wollten nicht sammelbares comic hier vier von zwölf ein bisschen käsch oh sehr gut ja gruppenkuscheln läuft also du musst dich echt mal beeilen ich meine es sollte doch ganz klar sein die formel wird bei wölfen wie schwer kann es sein sie für andere tiere anzupassen melde dich auf jeden fall mir sitzt jacob im nacken er will den neuesten stand jacob ist kein problem mehr alles gut bleib dusch der wird euch definitiv nichts mehr tun so bestball karte vier von neun als nächstes haben wir dann was machen wir als nächstes ja doch wir gehen dahin wir gehen dahin müssen es eh alles machen von daher ist es egal welche reihenfolge mal aussuchen und dann klatsch auch wieder zwei auf der karte zwei herausforderungen karte und zack uuu 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 kletta da oben los uuu 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 komm du schaffst es So, oben sind wir. Ist der hier oben? Da ist er, glaube ich. Moment, da muss ich jetzt gucken. Da ist, glaube ich, der letzte Wolfsköder. Das kommt aus der Richtung. Ja, da ist es. Sehr gut. Dann haben wir die auch schon alle. Das gefällt mir. Und? Hallo? Das war der letzte. Vielleicht hält sie das davon ab, diese abscheulichen Judges aus den Wölfen zu machen. Oder zumindest weniger davon. Tja. Ruf der Welten ist abgeschlossen. Sehr schön. Nicht den Berg runter fliegen. Bleiben Sie ruhig, Sir. So, da sind wir gleich bei der nächsten Karte Oh, fuck yeah, es geht Lol, was war das denn? Leute Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Krass Darum muss ich jetzt nichts zu sagen So, Baseballkartenwunschstücke Hammer Wie geil war das denn? Sind sie da dick am feiern? Und fliegen in die Luft So, als nächstes Da, das Brapperversteck Das holen wir als nächstes So, wie geht es? So, wie geht es? Die Sekte hat es versucht. Tana, wir haben von Jakob den Befehl erhalten, Elliot und seine Familie aus ihrem Haus zu entfernen. Sie sind schon zu lange ein Stachel in unserem Arsch. Vergiss nicht, in ihrem Bunker nachzusehen. Dort könnten sie sich verstecken. Tu, was immer du für nötig hältst, Billy. So, lassen wir mal nach dem Bunker suchen. Hier. Schlüssel benötigt. Wo finden wir denn jetzt den Schlüssel? Feuerzeug ist da drüben. Hey, Mr. Kahn, kann mich immer hören. Aufpassen! Blunder. Molotow-Cocktails. Gruppen kuschelt. Alter, was ist denn los? Kuscheltag oder was? Tag des Kuschels. Lesen. Leicht angekotzte Notiz. Ich weiß, dass du uns gewarnt hast. Doch jetzt ist es zu spät. Wir dachten, wir würden damit fertig. Aber wir hatten keine Ahnung, welche Ressourcen Jacob zum Einsatz bringen würde. Aber wir werden nicht aufgeben. Das ist unser Land. Bei Gott. Äh, bei Gott. Und niemand, nicht die Regierung, nicht die Armee. Und ganz bestimmt auch kein religiöser Irrer wird uns je davon vertreiben. Zumindest nehmen wir so viele von denen mit, wie wir nun können. Ryan Elliott. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Was ist das denn? Wie komm ich jetzt auf diese Seite? Geht's hier vorne noch rein? Da nicht. Hier nicht. Da nicht. Ach ja, die kann man nicht nehmen. Sammle alle Comics. So. 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 Alles klar, sollten bereits da sein. Es wird ein leichtes, diese Sünde auszuschalten. So. Kohle. So, tschaui. Ähm, wo ist meine Waffe? So, da ist noch einer. Tschüssi. Ding, 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 ding. Kohle. Drei Vorteilspunkte da halten. So, nice. Gut, dann beenden wir hier an der Folge, äh, äh, an der Stelle jetzt die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da ein Abo, falls es noch nicht getan und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen von mir und ich hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal.